halli hallo und hallöchen herzlich willkommen zurück zum range und wie sieht es heute aus wie sind unsere pläne was ist das kann man das 90 dollar habe ich also ich würde sagen wenn es ganz blöd läuft verkauft für unseren anhänger und notfalls auch dann immer halt wirklich das denn sind schon die weil wir sollten entweder noch ein paar also mit schweine wird nichts da braucht schon haufen geld habe ich sehe und futter ich würde sagen wir kaufen europa hühner und wir gucken dass wir geld sammeln dass man diese diese komische eier sichteten brüderriege ich glaube das ist die beste variante und ich glaube wir verkaufe eine säge das problem ist nur oder was ich gesehen habe sie schon für die säge kein geld für was geschenkt geld für die säge okay also das lohnt sich fast die zu verkaufen okay wobei ich muss sagen wir müssen noch ein bisschen ausharren am 24 märz was glaube ich vor dass ich dumme sprüchte 24 oder 26 märz kommt ein größeres update dann haben wir eine gute chance wieder von vorn an zu fangen mein stand von vorne noch mal die gleiche planlosigkeit an den tag zu legen ja die planlosigkeit gerne aber hoffentlich mit ein bisschen intelligenz ja ein wenig intelligenter so also wenn du den anhänger rückwärts rein ferscht dann kann ich anfangen zu säge weil ich ja alles spritte was weiß ich alles ich sehe bloß nichts mehr das problem habe ich schon lange aber fast jetzt schon anfangen zu sägen wenn da vorne noch circa 300 bäume liegen da stimmt ich habe die bäume gesehen fahr mal zu mir rüber davon oder hier liegen weniger ja aber warum soll ich jetzt zu dir rüberfahren wenn hier drüben ist schon sind okay weil da noch 20 bäume liegen da wäre die nämlich weg dabei da hier leer den können wir danach noch aufladen wird zahlt jetzt mal eine antrag von range simulatoren benennen die folge um wir nennen sie ja verladung simulator holz verladen genau optimal oder aber was bauen wir jetzt wir haben kein oder soll man brenner verkaufen aber du kriegst nicht viel für so brett und du kriegst für alles hier irgendwie gefühlt nichts außer für fleisch aber für fleisch brauchst du eine halbe mitte ne du brauchst nur eine halbe sau ja und für die halbe sauber schon halbe mittel gefühl wie gesagt ich habe offline geguckt also wenn ich die preise von die pferde sehe dann wird man schon übel wie man das geld kommen soll egal ich glaube die pferde können wir haben sie nicht gebaut nein wir haben sie nicht gebaut die pferde range nein aber zwei dinge im stall ja die kannst du auch für andere tiere verwenden und andere sache verwende die box meinst du genau so aber irgendwie müssen wir jetzt da gucken dass man das geld verdienen wir haben zwar 20 eier oder sowas aber eier bringen halt auch nichts deshalb würde ich sage wir spezialisieren uns auf jetzt vorerst mal auf holz und hühner auf hühner mit holz war die hütten die frage ist praktisch ist der anhänger überhaupt wenn ich mir den bauten anbaut hier anguckt glaubt er schafft alles ich befürchte nur dass das auto davor zu machen eingekoppelt hast natürlich ich daten vorbauen wenn du möchtest ein spiel mache in die kappe und jana und da waren sie wieder unsere probleme dollars und geld gut klar weiß ich nicht ich habe beides noch nie gesehen lebe so holt sich weg so wie es aussieht ich habe noch einer kunde kannst du überhaupt noch fahre die wieder unten drin hängt ja aber wieso oh ja siehst du die vier stück zu spät schon abgeladen 1 aber wie sind die jetzt da zustande kommen beim losfahren natürlich ladehöhe auch begrenzt ja ja weil die waren ja vorne teilweise es ist komisch alles ja gut wie gesagt update neues glück neue chancen du meinst neues glück neue hoffnung das auch kann ruhig weg fahre das mache öfters mal jetzt verstehe ich habe gedacht du fährst rüber ok wieso hat sich das eben so komisch angehört wieso das hat sich eben angehört als wäre ich irgendwo wieder gerannt ich glaube du musst mal den vorderbau abreißen warum kommst du dich tor durch nein aber der hänger macht auch wieder sachen wo man nicht wo man nicht soll was denn jeden fall mal nicht dass die tür stieg ich steig jetzt mal aus der hänger hat sich gerade eben noch bewegt ok in richtung die wir nicht wollten aber ok weiter gehts säge mal oder säge mal nicht mehr säge ich glaube notfalls verkaufen wir bretter ja machen wir säge weg müssen wir den sprit bezahlen bauern können wir nichts mehr beziehungsweise aber können wir noch viel das bringt also wir haben jetzt ein kleiner schweiner stall zumindest super brauchst du säge im karton ich hasse es wenn sich die zäge immer wieder abbaut und es regnet also soll man sich ganz ganz neues also ich habe jetzt noch kein keine spielaufnahme mit dir gemacht wo es mal zumindest kurz geregnet hat das liegt nur daran wenn du immer sagst mehr essen zu das essen bleibt übrig da bleibt es übrig noch schon stehen du hast das kannst du vergessen so was machen wir mit den viele bretter lagern oder verkaufen wenn ich so ich habe ne ich habe es gibt die ich habe meine Du musst viel sägen im Spiel, sag ich ganz ehrlich. Du musst nur sägen. Ja, bis das Ganze. Das haben unsere Zuschauer dann gegeben. Dass wir ein paar Hühner gekauft haben und ein bisschen was gebaut haben. Ja, und dann beschwinden sie sich. Wenn die Fahrweise zur Hühner holen, angeblich so schlimm ist. Schlimm ist eine Definition. Also wie gesagt, ich bin wirklich der Meinung, dass wir hacken sollten und sollte. Momentan haben wir drei Hühner. Sicher. Ja. Wobei du kannst auch aus Hühner Hühnerfleisch machen. Das scheint auch zu gehen. Aber wie? Wir haben vier Hühner. Die eine war im falschen Stall drin. Ja. Brauchst du einen Schussautomat? Für was? Um die Hühner umzubringen. Keine Ahnung. Ich habe noch nichts gesehen, was jenseits... ... sah für dich. Doch, es gibt einen Elektroschocker. Aber auch wieder ein Tausender. Kennst du die Probleme? Nein. Welche sind denn das? Das Geldmangelware ist. Danke. Für was denn? Danke euch. Hm. Ich mache mal wieder Holzmonster. Desaster. Klipp. 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 Ich bin noch Freibestemmer. So, was sollen wir machen? Sollen wir es wirklich verkaufen? Ich weiß halt nicht, was es bringt. Zweiter Urlaub? Wow. Ich vermute halt das. Das ist in Anführungszeichen. Und wirklich simbolisch. Wie sollen wir sonst an Geld kommen? Weil wir brauchen diesen komischen Schussautomat. Das macht Hühner Schlacht. Wir bräuchten ein paar Hühner. Wir brauchen... Wie heißt der Automat? Erulator. Das irgendwie... Zum gucken, ob die Hühner befruchtet sind. Ah, dazu bräuchten wir auch einen Hahn. Hast du das Thema schon wieder verstanden? Ja, ich habe das Thema schon wieder verstanden. Gut. Also... Wir haben einen Haufen Holz. Danke, dass du mir sonst aus der Hand nimmst. Habe ich dir so sagen? Ja. Sorry. Keine Absicht. Okay. So... Also was... What shall we do? Ähm... 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 ... als erstes mal unsere Zuschauerfahrt. ok dann wünschen wir einen schönen tag und mal gucken was wir in der nächsten folge damit machen also ich bin für verkaufen ich glaube wir werden teil auch verkaufen dass der hühner bekommen da gucken wir mal was wir daraus machen also auf wiedersehen bis zum nächsten mal